Bismillah wa alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah Es gibt einen Grund, weshalb das Gebet von vielen nicht angenommen wird. Man stelle sich das Szenario vor, man kommt in die Moschee und der Imam ist bereits im Ruku'a, also in der Verbeugung. Jetzt schließt man sich den Reihen an und während die meisten Allahu Akbar sagen, gehen sie währenddessen runter. Und diese Sache führt zur Ungültigkeit des Gebets. Deswegen sollte man darauf achten, dass man, wenn man sich dem Gebet anschließt, man stehend sagt Allahu Akbar und dann erst in die Verbeugung geht. Und nicht während dem Allahu Akbar sagen, schon in die Verbeugung gehen, das wäre falsch und das macht das Gebet ungültig. Sondern man sagt richtigerweise stehend Allahu Akbar und dann, wenn man in die Verbeugung geht, sagt man nochmal Allahu Akbar und bewegt sich in die Verbeugung. Oder wenn der Imam in der Niederwerfung ist, dann sagt man halt Allahu Akbar und geht in die Niederwerfung. Wichtig ist halt, dass man den Takbiratul-Ihram, das ist der erste Takbir, den man sagt, um in das Gebet einzutreten, dass man diesen Takbir stehend sagt und dann erst in die Verbeugung geht oder in die Niederwerfung oder in welcher Position der Imam sich auch gerade befindet. Sallallahu ala muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.